Im Juni werden die Oberfranken zu Metal-Franken. StarFM präsentiert das Motorhead Open Air. Ein Festival mit sensationellem Line-Up. Seit 30 Jahren im Dienst und bislang hat sie niemand klein gekriegt. Der Headliner Motorhead. Außerdem der Erfinder des Shockrock, Alice Cooper. Und der hier. Hey, this is Danko Jones and you're listening to StarFM. Maximum Rock. Außerdem mit dabei. The Bones, Misfits, Broilers. In Extremos, Upway to Sally. Fiddlers, Green und viele mehr. Am 17. und 18. Juni im Waldstadion Weißmein. Tickets gibt's ab sofort an allen offiziellen Vorverkaufsstellen und unter www.rock-in-concert.de Das Motorhead Open Air. Veranstaltet von Rockin' Concert. Präsentiert von StarFM. Maximum Rock.